Station C hat die höchste Sicherheitsstufe. Jeder Patient hier drin ist potenziell gefährlich. Für Andro oder sich selbst. Das sind die Hillerker-Brüder. Sie konnten im Wald neben angebissenen Leichen teil. Nebenan, es waren ihre Eltern. Definitiv die gefährlichsten Patienten in unserem Krankenhaus. Willst du nicht klappen? Kyle und Claire warten wahrscheinlich am Berg auf uns. Fünf Minuten, ihr Kavianen. Juhu! Ich schätze, ich hab dich verpasst. Was war denn das hier mal? Ein altes Krankenhaus vielleicht. Dann sind wir Patienten für die Nacht. Hey, was ist los? Sag doch was. Oh, fuck! Daniel, seid ihr? Die Nacht! Shots ہیں! Ah! Moist! Haa! ARD Text im Auftrag von Funk